Heyo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Video und in diesem Video werde ich euch erklären wie man in Minecraft Karotten und Kartoffeln finden kann. Ich habe nämlich vor einiger Zeit schon ein Tutorial gemacht zu einer automatischen Karotten und Kartoffel Farm. Allerdings habe ich nicht erklärt wie man tatsächlich die ersten Karotten und Kartoffeln jetzt in seiner Welt finden kann. Und dafür ist jetzt eben dieses Video in dem ich euch erkläre wie man das eben schafft, wie man die findet die ersten Karotten und Kartoffeln und ich würde sagen wir fangen auch direkt an damit. Also es gibt insgesamt zwei sehr gute Möglichkeiten um in Minecraft Karotten und Kartoffeln zu finden. Und die erste Möglichkeit und die auch einfachere Möglichkeit ist es tatsächlich Zombies zu töten. Denn es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit dass wenn man einen Zombie tötet er eine Karotte oder eine Kartoffel fallen lässt. Und die könnt ihr dann eben einfach einsacken und damit eure Farm anfangen. Und am besten schnappt ihr euch dann einfach in der ersten Nacht zum Beispiel schon ein Schwert und lauft dann draußen rum und versucht Zombies zu töten. Das ist eben eine sehr einfache Möglichkeit. Was man allerdings natürlich noch viel besser machen könnte ist es einen Zombie Spawner zu suchen. Und wenn man einen gefunden hat kann man da eben gezielt Zombies töten. Denn wenn man draußen rumläuft in der Nacht dann sind da ja nicht nur Zombies. Was natürlich ein bisschen blöd ist weil wir suchen ja in diesem Fall jetzt nur Zombies. Weil nur Zombies eben Karotten und Kartoffeln fallen lassen können. Oder was man auch machen kann ist es eine Monster Farm zu bauen. Da kann man dann ganz einfach AFK gehen und ein bisschen abwarten und irgendwann hat man da ganz viele Zombies. Und wenn man die dann tötet am besten natürlich mit einem Plünderungs 3 Schwert. Das sorgt nämlich dafür dass es noch ein bisschen wahrscheinlicher ist dass sie eine Karotte und Kartoffel fallen lassen. Könnt ihr das Ganze natürlich noch etwas beschleunigen. Und an sich ist so eine Monster Farm natürlich auch sehr gut für alle möglichen anderen Items und natürlich auch für Erfahrungspunkte. Und dementsprechend ist es eigentlich super wert quasi sowas zu bauen. Zu so einer Mob Farm habe ich übrigens auch schon ein Tutorial auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne anschauen und dann könnt ihr damit vielleicht Karotten und Kartoffeln eben ganz einfach farmen. Und die andere Möglichkeit wie man an Karotten und Kartoffeln gelangen kann ist es tatsächlich ein Villager Dorf zu finden. Denn Villager bauen tatsächlich Karotten und Kartoffeln an in ihrem Dorf. Und da müsst ihr einfach nur ein bisschen rumlaufen und wie gesagt ein Dorf suchen. Und wenn ihr das gefunden habt dann könnt ihr einfach euch zu den Feldern quasi begeben und da ein paar Karotten und Kartoffeln einfach mitnehmen. Und die dann eben für euer eigenes, ja für eure eigene Farm eben benutzen. Und das ist jetzt eigentlich so das ganze Geheimnis wie man in Minecraft Karotten und Kartoffeln finden kann. Natürlich ist es ein bisschen schwierig erstmal ein Zombie zu finden der das Ganze auch droppt, das weiß ich. Allerdings wie gesagt viel besser geht das eigentlich nicht. Natürlich wenn ihr einfach viel und lange spielt in eurer Minecraft Welt dann werdet ihr irgendwann ein Zombie haben der euch das droppt. Und ihr werdet auch irgendwann einfach ein Dorf finden. Aber insgesamt würde ich euch empfehlen tatsächlich erstmal eine Monsterfalle zu bauen. Weil selbst wenn ihr da keine Karotten oder Kartoffeln bekommt, dann ist es halt immer noch ziemlich gut für euch. Weil ihr halt zumindest sehr viel XP bekommt. Und das ist natürlich sehr viel cooler als dass ihr irgendwie stundenlang rumlauft und kein Dorf findet. Und wie gesagt ihr braucht ja erstmal nur eine Karotte und Kartoffel. Dann könnt ihr das Ganze natürlich schon direkt vermehren und automatisch anbauen lassen. Und auch zu dem Video wie man eine automatische Karotte und Kartoffel Farm baut. Habe ich den Link natürlich in der Beschreibung. Und ich würde sagen wenn ihr ein bisschen geschaut habt schreibt mal Hashtag Kartoffel in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen Videos die ich gemacht habe. Und ich hoffe dieses Video hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.